Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Merlin Place Wild Hellsia 2 und ihr seht ihr schon hinter mir steht der Reaktor, den kennt ihr ja schon, aber da fehlt noch eine Kleinigkeit und zwar ist mir aufgefallen, die Steuerung ist ein kleines bisschen doof, deswegen werden wir uns heute mal um die Steuerung von dem Reaktor kümmern, da haben wir was richtig geniales ausgedacht, wir haben hier ein Loch und das Loch, das werden wir auch brauchen, das werden wir relativ gut auffüllen, muss ich sagen, aber vorher noch eine Kleinigkeit, ich erkläre gleich alles dazu. Und zwar ist mir zu Gerüchte, weil es zu Ohren gekommen, nicht jedem gefällt die Schaltung, die ich hier gebaut habe mit dem Comparator, mit den beiden Torches, das ist zu Vanilla, deswegen habe ich mich nochmal hingesetzt und habe hier nochmal ein kleines bisschen was umgebaut, so habe ich extra einen Coke-Ofen gemacht, damit ich das Teil craften kann, das Circuit Board, das Engineers Workbench und so weiter und so fort, aber das ist ja eigentlich nur eine kleine Ergänzung und zwar kann ich das Ganze auch mit einem Redstone Probe Connector machen und oben drauf den Redstone Wire Connector, dann brauche ich allerdings nochmal den Screwdriver, den habe ich ja weggeschmissen, auch von Immersive Engineering, der ist glaube ich neu, den habe ich noch nie gesehen, aber naja, neue Version. Genau, und dann stellen wir hier ein, ich würde sagen, wir gehen hier auf Light Blue, also Sending Signal Color, Light Blue und da können wir irgendwas einstellen, eigentlich egal, empfangen tun wir hier nichts, dann gehen wir auf Zyran und da oben auf Output, Light Blue. Und dann macht es genau das gleiche, das ist ein Comparator, der scannt, ob da ein Block drinnen ist, wenn da ein Block drinnen ist, gibt er ein Redstone Signal über das Light Blue aus und Light Blue geht dann auf den und dann funktioniert das ganz genauso, nur es hat eben nicht mehr diesen Vanilla Look und ja, finde ich, finde ich sieht gut aus, ist okay, können wir so machen und jawohl, funktioniert. Ich habe es auch getestet, es funktioniert, wunderbar, genau. Und jetzt zum eigentlichen Thema und zwar, wir haben heute, wir haben hier den Reaktor und da haben wir ja das Problem, dass der eben, wenn ich den einschalte, also auf Redstone ignort, dann läuft der immer durch und verballert das ganze Uraninate, wie auch immer das heißen mag und verheizt das alles. Und das ist natürlich ein bisschen doof, dann haben wir ein bisschen erkundigt und zwar gibt es hier die Info Power Gen Mode False. Ich kann hier umstellen auf True, ich weiß gar nicht, ah jetzt ist er True, jetzt ist er False, okay, da wird die Anzeige bloß nicht geupdatet. Und zwar, wenn der Reaktor auf 100% voll ist, schaltet er ab und erst bei 70% schaltet er wieder ein, wenn das aktiviert ist. Das Problem ist allerdings, wir haben hier Maschinen an dem Endercell dran, die dauerhaft Energie verbrauchen. Also, gut, momentan, momentan gerade nicht, weil ich, ah, das habe ich wieder verplant, ich habe vergessen beim, na, sag schon, beim, 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 ähm, Mechanism, der die Blöcke abbaut, bin ich jetzt doof? Wie heißt jetzt das? Ist ja egal, der, der das Ocean Monument abbaut, den habe ich jetzt umplatziert auf das zweite Ocean Monument, ähm, denn das erste war weg und ich habe eben da leider keinen Junkloader hingebaut. Merke ich gerade, äh, deswegen läuft das jetzt momentan nicht, aber im Normalfall wird ja da, oder oft wird ja da dauerhaft Strom rausgesaugt. Das heißt, der Reaktor läuft, aber bleibt dann bei, statt 30 Millionen bei, ähm, 29,999 Millionen Fe stehen, denn es wird stetig was rausgesaugt. Dadurch erreicht er nie die 100% und der Reaktor läuft immer weiter mit voller Leistung, was natürlich doof ist, weil er das ganze Uraninite verballert. Ähm, deswegen müssen wir hier eine kleine Ex, also es wäre besser, muss ich vielleicht dem Mod-Auto nochmal schreiben, dass er das auf 95 cappen soll oder so, oder auf 90% und dann müsste das Ganze, müsste die Steuerung auch funktionieren, aber funktioniert hier eben leider nicht. Und, ja, habt ihr es schon gesehen, hier haben wir das ganze Zeug von oben runtergebaut. Wir haben jetzt hier drei, äh, Furnator Neotic. Ja, okay, momentan läuft kein Verbraucher, deswegen, ähm, sind die jetzt alle komplett gesteckt voll. Aber ich will natürlich, dass erst einmal diese drei, weil die ja unendlich, ähm, Bäume zur Verfügung haben, die Endercell aufladen und erst wenn die Endercell, ja, so bei 30% ist oder was, soll der Reaktor dazuschalten und das Teil wieder aufladen auf 80%, wie auch immer. Keine Ahnung, werden wir sehen, ähm, ja, genau, okay, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar brauchen wir jetzt eben eine Schaltung, die die Endercell überwacht. Und ich habe nochmal eine Endercell vorbereitet, ähm, eine Endercell Neotic. Die müsste, soweit ich mich erinnere, hierher, wir gehen hier wieder auf Channel 2. Ja, und da sieht man es jetzt. Genau, also, wie gesagt, diese, diese, ähm, 10, 700, 310 FE, die, ja, die werden dann auch immer hier fehlen. Und dementsprechend wird der immer laufen, das ist natürlich doof. Genau, und die müssen wir jetzt eben überwachen. Und da habe ich mir ein Mod rausgesucht, weil ihr könnt das Ganze natürlich auch Vanilla aufbauen, aber wir haben hier die Möglichkeit, eine Mod zu benutzen und die finde ich relativ geil. Ähm, ihr habt es ja schon mal gesehen, ihr habt auch schon die, die, die Slotted Chests, den Sorting, hoppa, den, die ganzen verschiedenen Filter haben wir schon benutzt, die Item Shifter. Und es gibt hier auch Wireplates und Redstone Transmitter und Receiver. Und mit denen würde ich heute gerne arbeiten, weiß gar nicht, können wir einen bauen, einen Transmitter und einen Receiver. Genau, dann brauchen wir noch ein paar Werkzeuge für diese Mod, beziehungsweise wir brauchen hier nochmal einige Stück davon, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel machen wir, ja, machen wir mal 26 Stück. Kann ich die, habe ich die, die habe ich nicht im Autocrafting. Bin ich mal gespannt, ob die 26 Stück reichen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Circuit Range. Dafür brauchen wir zuerst einmal eine normale und Circuit Range, genau, so heißt das gute Stück. Und ein Linking Tool. Das Linking Tool brauchen wir für das Wireless System. Genau, und zwar der Transmitter. Der soll eben dann den Reaktor steuern. Ich würde sagen, den bauen wir gleich mal hierher und klicken auch hier schon mal drauf. Begin Linking. Und jetzt müssen wir da drunter, wir müssen jetzt quasi unter den Reaktor, da ist nämlich auch nochmal ein Anschluss. Der ist es nicht. Der müsste sein. Genau, da ist nochmal ein Anschluss. Und hier packen wir dann den Redstone Receiver hin. Klicken den auch einmal mit Rechtsklick an. Und jetzt sehen wir hier eben eine Linie, der steuert den Reaktor. Wenn ich das wieder aus der Hand lege, ist es wieder weg, aber das ist okay. Machen wir hier wieder dicht. Zack, zack, zack. Und den einen Block. Ich könnte eigentlich da auch eine Leitung rüberlegen. Egal, jetzt haben wir schon gecraftet. Ich habe eben am Anfang nicht genau gewusst, wo ich das Ganze hinbaue, weil das doch ein ganz schöner Brummer geworden ist. Aber naja, egal. Genau. Und noch eine Sache. Ich hätte gerne eine Anzeuge. Ich hätte gerne einfach eine Redstone Lamp, die einfach nur leuchtet, wenn der Reaktor angeschaltet ist. Der Reaktor steht schon richtig, oder? Genau, auf Redstone on. Das heißt, bei Redstone Signal soll er angehen. Und die Teile, die sind echt faszinierend. Wenn man es einmal normal hin platziert, dann ist es einfach nur eine Redstone Leitung. Kann man hier so verlegen. Ich stehe in der Fackel drin. Und jetzt ist bloß die Frage, in welche Richtung machen wir das Ganze? Ich glaube, wir fangen einmal mit dieser Seite an. Genau. Also wir brauchen hier theoretisch, könnte man jetzt einen Comparator, ganz normalen Vanilla Comparator benutzen, um diese Ender Cell auszulesen. Aber das Ganze funktioniert auch mit Essentials. Und zwar nehme ich die Circuit Ranch, Shift, Rechtsklick in die Luft. Und dann habe ich eben hier die Möglichkeit, die Range auf irgendwas zu programmieren. Alle möglichen Schaltungen. Wobei ich halt wirklich nicht weiß, für was ich Sinus, Cosinus, Tangents oder logarithmisch, für was ich das brauchen sollte. Aber okay. Ich finde es nice, dass man die Möglichkeiten hat. Gerne. Warum nicht? Aber wir brauchen hier das Reader Circuit. Das ist quasi der ganz normale Comparator. Und... Äh... Hallo? Ah, ich habe es vergessen. Um das zu benutzen, brauche ich Quarz. Ich brauche Quarz, sonst funktioniert das nicht. Genau. Jawohl. Ihr habt das gesehen. Ich muss Quarz... hat er als ein Quarz benutzt. Und damit hat er jetzt die Schaltung hier drauf programmiert auf diese Wireplate. Und jetzt haben wir eben hier den Comparator. Und ihr seht es schon, da steht jetzt 15 drüber. Sieht man im Normalfall nicht. Nur wenn ich die Range in der Hand halte. Aber... Ja, das bedeutet, das Teil ist fast voll. Bedeutet, wir haben hier eine Signalstärke von 15. Und... Was will ich jetzt erreichen? Ich will jetzt erreichen, dass er bei einer Signalstärke... Nehmen wir mal... Nehmen wir mal Signalstärke 6. Bei einer Signalstärke 6, also wenn das Ganze zu 30% voll ist, soll der Reaktor einschalten. Und bei einer Signalstärke von... Ja, sagen wir einfach 12, soll er wieder abschalten. Das heißt, ich brauche jetzt hier zweimal eine Schaltung, die eben schaut, ob das Redstone unter 6 oder über 12 ist. Und da gibt es ja auch wieder eine Möglichkeit. Und zwar mit einem... Kleiner als. Und da muss ich jetzt schauen, wie das funktioniert. Müsste passen. Genau. Also dieses Symbol mit der speziellen Seite zeigt immer den Ausgang an. Das bedeutet, wenn jetzt das Signal kleiner ist, also das hier reingeht, kleiner als... Und jetzt müssen wir hier was festlegen. Und ihr könnt jetzt natürlich da einfach einen Schalter mit 10 Redstone hinmachen, dass hier Signalstärke von 5 ankommt. Aber wir haben hier auch die Möglichkeit, einen Konstant-Circuit zu machen. Damit können wir hier jetzt einfach einstellen. 6. Genau. Also dieses Teil gibt jetzt immer eine Signalstärke von 6 Redstone aus. Wenn jetzt dies unter 6 fällt, gibt der hier 1 aus. Momentan ist er auf 0. Also der Ausgang ist auf 0. Wir könnten theoretisch das einfach mal umprogrammieren. Ich glaube, genau, dann kann ich dir das mal zeigen. Also bei 12 ist 0, weil er ist ja nicht unter 6. Und bei 5, genau, da ist 1. Das bedeutet, wir haben jetzt schon mal die Überwachung, sobald der Füllstand unter 6 fällt, geben wir hier ein Signal aus. Sehr schön. Machen wir mal währenddessen hier wieder, machen wir 10. Genau. Kein Signal, weil 10 ist größer als 6. Und das Gleiche müssen wir natürlich auch noch machen, mit, okay, jetzt habe ich es falsch angeklickt. Genau, da kriegt man auch das Quarz wieder raus. Ich muss immer in die Richtung kriegen, wo das hinschauen soll. Das Gleiche machen wir jetzt auch noch mal mit der Signalstärke von 12. Aber hier brauchen wir natürlich nicht kleiner als, sondern hier brauchen wir größer als. Und zack. Genau. 10 ist nicht größer als 12. Also gibt es 0 aus. Und wenn wir hier auf 14 stellen, gibt es 1 aus. Perfekt. Genauso soll das sein. Genauso habe ich mir das gewünscht. Genau. Also momentan sind beide auf 0. Und jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, dass der quasi bei, ähm, na, wenn er unter 6 fällt, einschaltet. Und wenn er über 12 fällt, ausschaltet. Und das schafft man mit einem sogenannten ERS-Flipflop. Das sind im Normalfall einfach nur zwei, äh, Redstone-Torches, die gegeneinander geschaltet sind. Aber natürlich, ähm, wir machen das Ganze mit Essentials. Hier gibt es natürlich auch wieder ein Nod-Gate. Also ein Nod-Circuit oder ein Nod-Gate, der ist nichts anderes wie ein Redstone-Torch. Wenn hinten ein Signal ankommt, gibt er keins aus. Wenn ein Signal, wenn kein Signal, na, wenn, ja, andersrum halt immer, einfach andersrum. Wenn 0, dann gibt er 1. Und wenn 1, dann gibt er 0 aus. So ist es. Genau. Und momentan haben wir jetzt hier so einen kleinen Fehler drinnen im System, denn hier ist auf beiden 0. Das bedeutet, er gibt Redstone-Signal aus. Dadurch ist hier wieder Redstone-Signal. Dann gibt er kein Redstone-Signal aus. Kein Redstone-Signal. Also das funktioniert so nicht. Der sieht sich selber. Jetzt haben wir, ja, eine Clock gebaut. Und jetzt gehen wir das nochmal in die andere Richtung. Genau. Jetzt haben wir hier auf dieser Seite Signal liegen, auf dieser Seite kein Signal liegen. Und das ist eben dieser RS-Ledge oder RS heißt ja nichts anderes wie Set und Reset. Wir können das quasi, indem wir hier einmal Signal 1 drauf geben, dann gibt der 0 aus und der gibt wieder 1 aus. Wenn wir allerdings hier einmal Signal 1 drauf geben, dann schaltet der um auf 0, dann ist hier 0 und dann ist da drüben 1. Also das bleibt dann. Ich kann das Ganze kurz einmal vorführen, indem wir hier einfach, ich mache jetzt mal hier nochmal die Leitung hin und hier will ich natürlich, dass er die Lampe ansteuert und dafür brauche ich nur mit dem Wire Splice Plate, weil sich eben das, diese Leitung nicht mit dem verbindet. Genau. Jetzt können wir hier nochmal umschalten. Ihr seht das selber. Die Lampe leuchtet. Der Reaktor läuft, läuft der jetzt momentan? Ui, der läuft. Ich gebe dem jetzt mein Dauersignal, dass der nicht ständig läuft. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Es ist ein bisschen verwirrend, aber es funktioniert echt nice. Also es funktioniert echt nice. Genau. Also wir haben jetzt momentan Mittel geladen. Das heißt, der Reaktor ist an. Jetzt habe ich das umgestellt. Das war jetzt doof. Das war doof. Müssen wir wieder umstellen. Der Reaktor ist momentan an, bis wir eben hier eine Signalstärke von 12 erreichen. Oder auch nicht. Ah, größer. 13. Genau. Und jetzt seht ihr selber. Hier haben wir jetzt eben 13 größer als 12. Das bedeutet, hier ist Power, hier drüben ist keine Power. Der Reaktor ist ausgeschaltet. Und wenn das Ganze jetzt wieder runterfällt auf 5, dann läuft der Reaktor. Hat der jetzt umgeschaltet? Genau. 15. 5 schaltet er wieder ein. Jawohl. Und damit haben wir jetzt unsere Schaltung. Die eben jetzt den Reaktor immer nur dann einschaltet, wenn das wirklich auf 30% runtergefallen ist. Das ist das Ganze natürlich noch nicht so direkt hübsch, muss man sagen. Ah, und es hat sogar gereicht mit denen. Wir müssen das Ganze natürlich nochmal einstellen auf Reader Circuit. und den Reaktor müssen wir natürlich auch richtig programmieren. Stopp. Redstone on. Okay, läuft nicht, weil Redstone-Signal ist aus. Redstone-Signal ist aus. Perfekt. Damit brauchen wir den Schalter nicht mehr. Sehr schön. Genau, und jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch ein kleines bisschen schön verpacken. Ich würde sagen, wir nutzen hier wieder das Quarz, weil das hier einfach am schönsten reinpasst. Und ein paar Sea Lanterns nochmal. Genau, jetzt haben wir endlich wieder ein paar mehr Sea Lanterns. Das war echt schon ein bisschen nervig. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein kleines bisschen Beleuchtung dazwischen rein, weil ich wirklich immer überlegen habe müssen, wo mache ich jetzt Sea Lantern hin, wo nicht. Aber das Thema ist jetzt wieder erledigt. Da brauche ich gar keinen. Da kann man eigentlich auch wieder irgendeinen anderen Block benutzen. In die Ecken. Weil den sieht man ja gar nicht. Und dann die sieht man ja auch nicht. Also ich habe zwar eigentlich genügend Quarz, aber ganz ehrlich, wir müssen sie ja nicht direkt verschwenden. Und wenn man es eh nicht sieht, dann können wir hier normale Blöcke reinbauen. Wichtig ist nur, dass kein Loch drin ist, dass man jetzt wieder irgendwelche Mobspawn drin findet. Jawohl. Genau, und weil ich natürlich da kein Loch im Boden haben will, ist ja eigentlich ganz klar. Machen wir hier auch wieder Glas rein. Light Blue Stained Glass. Nice. Und dann machen wir hier den Deckel drauf. Und dann müsste das eigentlich recht schön ins Bild passen. Und das Genialste, wir verschwenden halt wirklich kein Uraninite, kein Redstone, keins von diesem komischen Eis, Dried Eis. Wunderbar. Sieht man das da durch? Okay, nein, das sieht man nicht da durch. Aber eigentlich egal. Wir müssten jetzt eigentlich sehen, dass der Reaktor, ja okay, wir würden es theoretisch sehen, wenn, wenn das Teil laufen würde. Okay, dann müsste man das Ganze einfach glauben. Ich habe es getestet, es funktioniert. Ich habe auch erklärt, wie es funktioniert. Müsste eigentlich alles passen. Jawohl. Und damit haben wir diese Steuerung auch schon fertig. Jetzt ist noch eines, ich wollte noch was machen. Was wollt ihr denn noch machen? Ah, genau. Aber, wir müssen natürlich immer hier hochfliegen. Und das ist doof. Ich muss immer hier hochfliegen, um zu sehen, wie voll das diese Zelle ist. Ich hätte gerne hier drauf eine kleine Anzeige. Aber ich weiß gar nicht, können wir die, sollen wir es woanders hinbauen? Schon alles relativ zugebaut. Genau, hier muss man noch mal was anderes hinmachen. Die Decke ist natürlich auch noch nicht zu. Ich mache mir mal kurz Gedanken, wo wir das hinbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt bin ich extra noch mal kurz rüber gedüst zum Ocean Monument. Habe hier noch mal einen Junkle aufgebaut. Keine Ahnung, irgendwie brauchen wir momentan nicht genügend Strom. Okay, also die drei laufen natürlich alle. Was machen die? 900 FE pro Tick. Ja, okay, das ist natürlich schon ein Hauseck. Also dreimal 900 FE pro Tick. Aber der Bilder läuft momentan nicht. Wenn ich den Bild noch mal anschließe, dann werden wir hier definitiv das Ganze wieder leersaugen. Von dem her ist das mit Sicherheit eine gute Sache. Und wie gesagt, wir nutzen eben jetzt momentan kein Uraninite. Wir nutzen das wirklich erst, wenn wir das Ganze brauchen. Und ich habe mir jetzt mal was überlegt und zwar werde ich das hier oben drauf bauen. Ich will es nicht direkt an den Reaktor bauen. Ich finde den relativ nice und ich würde es ungern da dran bauen. Da oben machen wir unsere kleine Anzeige hin und für die Anzeige das Ganze machen wir über RF-Tools. mal kurz hier eintippen. Wir brauchen einmal ein Display oder einen Screen. So heißt das gute Stück. Haben wir noch so einen Bodenteil? Nein, haben wir nicht. Machen wir das gleich mal ein paar Stück. Wir brauchen einen Screen und weil der Screen eben dann muss man immer so wenn ich den von unten platziere, dann schwebt er so in der Decke. Das ist ein bisschen doof. Und damit der Screen läuft, der braucht nämlich auch Strom, brauchen wir hier nochmal einen Screen Controller. Okay, der braucht was anderes. Der braucht ja dieses Teil. Hm, egal. Screen Controller. Zack. Sehr schön. Genau, wir haben ja hier noch einen Block. Der hat mir von Haus aus nicht gefallen. Also dieser eine Block, dass der eben gleich ausschaut. Die anderen schauen irgendwie alle immer ein bisschen anders aus und der eben leider nicht. Und dementsprechend würde ich sagen, wir machen einfach hier den Screen Controller rein. Brauchen wir hier nur eine Stromverbindung. Kann der, kann man den kann man den drehen? Testen wir jetzt kurz einmal aus. Ich kann den wirklich nicht anders platzieren. die muss man doch anders platzieren können, oder? Platziere man so. Jawohl. Und dann haben wir hier auch, ja, dann haben wir hier auch den letzten Block, der einfach, es passt einfach schöner. Mir hat das Weißer oder irgendwie gestört. Egal. Und ich habe noch was vergessen. Wir müssen hier einmal auf Scan klicken und dann müsst ihr eigentlich und dann müsst ihr eigentlich den Screen, das war definitiv nicht der richtige Block und damit sollte der dann auch mit Strom versorgt sein. Werden wir natürlich jetzt erst noch nicht sehen, sondern das Ganze sehen wir erst, wenn wir den Screen irgendwas anzeigen lassen. Und damit ihr irgendwas anzeigt, brauchen wir hier ein paar Module und zwar, ich bin gerade am Spicken, 2, 4, 6 von den Textmodulen. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und dann hätte ich gerne noch 3 RF Module. Energy Screen Modules. Jawohl. Genau. Dann müssen wir das Ganze noch programmieren. Wir gehen erst einmal hier rauf, mit Shift-Rechts-Klick gehe ich hier rein und dann gehen wir eben erst einmal vier Textmodule nennen das Ganze einfach mal Energienetz Energienetz Center Okay und dann wollen wir uns hier was anzeigen lassen und zwar einmal den Ladestatus und weiter unten dann nochmal das war jetzt falsch. Speichert ihr das nicht? Lade Hä? Was macht ihr denn jetzt? Ladestatus und dieses Teil kommt dann hier her. Genau. Dann machen wir hier nochmal In und Out. Jawohl. Genau. Und jetzt müssen wir eben dann haben wir jetzt hier schon mal den Text stehen eben Energienetz Ladestatus In und Out. Kann man das von da unten lesen? Ja okay. Jetzt nicht perfekt. Aber ich will es eben nicht hier hin bauen. Okay ich kann ja jederzeit rein zoomen und es kommen sowieso nicht mehr die Anzeigebalken und jetzt muss ich mir eben einen Block nehmen der Energie speichert und dann da mit Shift Rechtsklick kann ich da draufklicken und die sind jetzt eben gelinkt auf diesen auf diese Endercell und jetzt kann ich da oben reingehen dann wieder mit Shift Rechtsklick genau und dadurch dass die Anzeige jetzt leuchtet sehen wir auch schon okay der bekommt unten Strom er hat es gefunden alles gut soweit genau und jetzt können wir uns das Ganze hier nochmal einstellen ich hätte hier gern einmal wie viel RF das er momentan gespeichert hat und zwar in Kommas Nein Full da kann man überhaupt nichts mehr erkennen Kompaktformat sehen wir im Tooltip 3,1 Millionen würde er dann ungefähr anzeigen ich denke dass das passt soweit genau dann hätte ich gerne aber hier nochmal eine Prozentanzeige Prozent glaube ich kann man in Full lassen und darunter hätte ich eben gern die RF Pro Tick die er eben rein oder raus bekommt und damit müsste das Ganze eigentlich passen genau unser Energienetz wir haben momentan 50 Millionen FE gespeichert die Batterie ist zu 100% voll und momentan geht nichts raus oder rein aber wenn man mal hier hinten schaut er baut die Blöcke ab das bedeutet das Teil läuft definitiv ja okay er zeigt natürlich ja weil wir genügend nachladen okay alles gut wir laden mehr nach als er verbraucht und deswegen geht natürlich nichts raus komisch manchmal zeigt er dann eben irgendwas an dass er eben dann wie vorher bei 690 oder was war aber egal zumindest haben wir hier jetzt mal die Ladebalken ja und eigentlich kann man es auch erkennen also die oberen zwei sind der Füllstand und der untere ich weiß gar nicht da ist der Balken eigentlich relativ nutzlos aber egal hier zeigt er uns eben an was rein oder raus geht nice sehr schön genau und damit haben wir jetzt Reaktorsteuerung wir haben eine Reaktorenergieanzeige was heißt nicht Reaktor von der Endercell und wir haben jetzt wirklich mehr als genügend Strom ich denke wir können das einen Erfolg nennen und damit ist die Folge leider auch schon wieder vorbei ich bedanke mich dass du wieder mit dabei warst wie immer noch zum Schluss meinen Wunsch bitte gerne abonnieren bewerten kommentieren und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sag bis zum nächsten Mal Ciao